Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 4.4.2023. Und unser DAX ist die letzten Tage in einer ausgeprägten Form der Stärke, das muss man schon so sagen. Unser DAX ist gut durchgelaufen und hat einen guten, starken Eindruck hinterlassen. Ist zum Freitag auf unsere 15.665 aufgeschlagen, von der jetzt die Entscheidung kommen sollte, ob er eben tiefer zurückbricht, größere Welle lostritt oder sich einfach oben raus stemmt. Und er hat sich zumindest auf der 15.600, ja, die beiden Griffe in schwarz, gut gehalten. Er hat nämlich gestern gesagt, wenn er runter will, dann am besten aufwärtskipp. A, haben wir nicht bekommen. B, sich unter die 15.600 wieder drüber schieben, das haben wir bekommen. Und C, deutlich verändertes Bewegungsverhalten zeigen. Das heißt, deutlich mehr Schwäche zeigen, Druck auf Abwärtsbewegung, verkaufte Tiefs, tiefere Tiefs, tieferer Ohr, das haben wir auch nicht bekommen. Ja, unser DAX hat ja im Grunde genommen einfach nur eine Flacke zur Seite geschoben oder einen kleinen flachen Rücklauf. Der hat zwar hinten raus ein bisschen gespritzt, aber sich dann auch relativ zügig wieder zurückgezogen und auch die 600 wieder eingenommen, verteidigt und auch überwunden wieder. Er hat wieder drüber gelaufen und hat auch drüber geschlossen. Und von daher würde ich mal sagen, für ein Lostreten dieser Abwärtsdenkrat, was haben wir gestern gesagt? Wir haben gesagt, wenn der die anläuft, dann erkennt ihr das. Dann läuft der ganz anders als die letzten Tage. Dann kommt der Stress rein, da kommt der Unruhe rein. Das haben wir nicht gesehen. Also ganz klar haben wir das nicht gesehen. Ja, und von daher würde ich den noch nicht so zwangsweise auf die Route hier setzen. Ich behalte die weiterhin im Hinterkopf. Sollte mir jetzt zum Beispiel hier überhaupt nichts hinkriegen und er haut uns hier am Dienstag ein neues Tief drunter und legt am Nachmittag noch mal neue Tiefs drauf. Ich glaube, dann würde ich Short gehen. Ja, dann würde ich schon am Dienstag anfangen, Short zu suchen. Wenn wir hier am Vormittag drunter nageln und er macht am Nachmittag noch mal neue Tagestiefs und dann näher, wäre das für mich ein Grund zu sagen, okay, dann ist er einfach nur beschissen angelaufen hier oben. Aber kommt. Ja, und dann sind wir wieder bei diesem Punkt, was wir gestern gesagt haben. Nicht dieses erste, unbedingt vielleicht das erste Verkaufssignal nehmen, sondern vielleicht das zweite oder dritte abwarten. Und dann würde ich mir sowas, glaube ich, gönnen. Das würde ich mal probieren. Bleibt er aber so, wie er ist. Drückt sich jetzt hier wieder zu hoch, also hoch zurück. Geht über eine 6,65 zurück. Dann ist es ihm scheißegal. Dann ist es ihm scheißegal, was hier für ein rotes Kästchen eingemalt ist und für eine strichige Rute läuft er weiter. Dann macht er die 7,50 rein. Er ist momentan sehr ruhig. Träger. Ja, ich hoffe nicht, dass er jetzt hier zwei Wochen eine Range auf der Kante schiebt. Aber man sollte jetzt nicht unbedingt erwarten, dass man gleich 300 Punkte in den Gewinn kommt, sondern ein bisschen Geduld und Zeit dann auch mitbringen. Schön, wenn sie zerblossen und an den letzten Tiefs arbeiten. Das funktioniert in solchen Bewegungsphasen erstaunlicherweise immer relativ gut. Ja, und dann würde ich oberhalb hier definitiv eher mein Glück auf der Longseite probieren. Ja, ich würde die Schwäche sehen. Um den Shorten zu können, würde ich die Schwäche sehen. Ich würde richtig sehen, dass er A, B und C durchklackert, wenn ich A, B und C von ihm verlange, um abwärts zu wollen. Ja, und ich bloß einen Teil. Das gäbe ich nicht gekriegt. Haben die 600 aber gekriegt, aber das Bewegungsverhalten nicht gerne hat. Das ist genauso ruhig geblieben wie die letzten Tage. So wird das nichts. Ja, okay. Von daher brauchen wir eigentlich gar nicht schon mit dem heißen Brei weiter drum herumreden. Das ist der Knackpunkt. 15.665 geht da drüber. Darf er weiterhin die 750 rein, 780 rein, 800 rein und auch höher. Da steht ihm überhaupt nichts im Weg. Dann war das bloß ein kleiner Rücklauf, eine kleine Flagge. Am Vormittag nochmal ein Tief hier drunter und am Nachmittag noch eins hinterher. Wäre für mich dann definitiv schon ein Grund. Langsam wieder ein bisschen Shorts suchen. Zumindest mal ein bisschen den Gap-Close hier unten rein. 15.165 oder vielleicht noch 2.70. Guck mal, hier oben ist auch noch einer. 3.50 rum. Warte mal, dann war das die 3.65, ne? Close. Ne, 3.60 ist hier und hier unten ist, schon immer so schnell durcheinander, und hier unten ist 1.30. Ja, also hier 3.60, 1.30. Das ist eine schöne Anlaufstation, von oben kommt, wo es sich mal reinhauen kann. Auch diese Hochspitze hier. Sowas wird immer mal gerne wieder angelaufen. 2.60. 3.60, 2.60, 1.30. Das wären so die drei schönen nächsten Ziele, wenn der Dienstag uns nah und durchdackert. Von daher, wir machen es hier kurz und knapp. Wer braucht es nicht? Ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.